Hallo bei der zweiten Lektion dieses MOOCs. Nachdem wir gut an der Uni angekommen sind, geht es jetzt darum, im eigenen Studienfach gut anzukommen. Studien beginnen heute zur Tage üblicherweise mit einer STEOP, einer Studieneingangs- und Orientierungsphase, die Ihnen den Vorteil bietet, dass Sie sich bereits im ersten Semester nicht nur in die Universität, sondern in Ihr Studienfach einleben können. Darum geht es dann in der zweiten Lektion. Das heißt, wir schauen uns genauer an, was wird auch in dieser Studieneingangs- und Orientierungsphase von Ihnen erwartet? Welche Herausforderung stellt das auch dar? Schließlich ist die STEOP ganz oft die Schwelle, die Sie überschreiten müssen, damit Sie überhaupt erst Ihr Fach studieren dürfen. In dieser ersten Phase des Studiums bekommen Sie also ganz viel Informationen über Ihr Fach und das ist durchaus eine Herausforderung. Was für Fragen werden in Ihrem Studienfach eigentlich gestellt? Und wie werden diese Fragen beantwortet? Welche Methoden, Herangehensweisen sind hier üblich oder auch nicht? Wie geht man dann mit den Antworten, den Erkenntnissen, den Lösungen um, die auf jene oder eine andere Art und Weise in Ihrem Studienfach erarbeitet werden? Welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse? In Ihrem Fach und vielleicht auch darüber hinaus? Neben dem Was und dem Wie, also was machen Sie hier eigentlich und wie machen Sie es, ist auch die Warum-Frage relevant. Warum stellt man manche Fragen in diesem Fach? Warum stellt man sie auf diese Art und Weise und warum stellen wir in diesem Fach andere Fragen nicht? All das bedeutet sich in die Fachkultur der eigenen Studienrichtung einzufinden und viele Studienrichtungen haben auch in sich eine große Heterogenität. Das heißt, Sie bekommen auch einen Überblick darüber, welche Unterschiede es hier gibt, je nachdem welche Richtungen, welche Subfächer Sie hier in den Fokus nehmen möchten. Das heißt, die STEOP bietet Ihnen eine erste Orientierung im Fach und Einblicke darin, wie hier gearbeitet wird und was für Fragen gestellt werden. Darüber hinaus ist die STEOP auch der Ort, wo Sie herausfinden, wie in Ihrem Fach organisatorisch alles abläuft. Das heißt, Sie müssen lernen, sich zurechtzufinden an den Örtlichkeiten oder in den digitalen Ressourcen Ihres Faches. Sie müssen herausfinden, welche Lehrveranstaltungen, welche Prüfungen Sie belegen müssen, um die STEOP erfolgreich abzuschließen und letztlich auch, wie Sie dieses STEOP bewerkstelligen und danach weitere Schritte ins Studium machen.